Ich stelle mich gerade selber vor. Ich bin Thomas Eisner. Ich bin Prediger in Österreich seit fünf Jahren und durfte mich während meines Theologiestudiums ausbilden und spezialisieren auf die Frage einweit. Ist sie eine echte Prophetin, ja oder nein? Und durfte hier beim Youth and Mission in Mannheim jetzt einen Workshop machen über dieses Thema Ellen White und ihre Kritiker. Was andere über sie sagen. Über Ellen White wird ja viel geredet. Nicht nur innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Und ich denke gerade Ellen White ist für uns etwas ganz Wichtiges als Adventist. Sie hat siebzig Jahre lang die Gemeinde geprägt. Und ich durfte jetzt während dieses Workshops ganz nette Leute aus Tschechien kennenlernen. Und da ist die Idee geworden auch das was wir im Workshop gemacht haben und noch mehr auch in Tschechien zu präsentieren. Und es würde mich freuen, auf sowas in Tschechien mal zu machen. Und ich würde mich freuen, auf sowas in Tschechien mal zu machen. Und vielleicht sehen wir uns da. Einmal. Und wir sehen uns da. Und wir sehen uns da. Und wir sehen uns da. Untertitelung des ZDF, 2020